hi leute herzlich willkommen zur nächsten folge zum let's play vom spiel command and conquer 3 kane's rache ja in der letzten folge war ich hier bei der mission tacitus interrupters und ja ich habe die zukommen daran gehindert dass sie in hafen reiche und mussten zu ihrem bau aufbauen den ich jetzt wiederum erobern muss soll kann und ja ich habe hier so eine kleine opfermauer errichtet dass die feinde erst gar nicht mal zu mir kommen genauso warte ich bloß bis der redeemer ein bisschen weiter aufgeladen ist dann schicke ich mir mal weiter vor obwohl das kann ja gleich machen feuer frei würde ich sagen volltreffer würde ich sagen jetzt sagen jetzt können wir mal bisschen tiberium sammeln gehen also luft greifen ist auch noch an feuer schießt jawoll kinder bleibt hier stehen hier kommt ein kleines fahrzeug wollte ich sagen hier kommt ein panzer auch die lehren dazu die kreifen was er luftet so ok 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 ja stark beschädigt ja jetzt hat er nochmal einen rang erreicht so sammler sind wieder unterwegs nach hause jawoll sehr schön die panzer sind glaube ich kein problem ok lieber zurück laser kom Nein, 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 sammeln, 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 zurück, zurück, zurück Zurück Mensch, ist das dumm, oder was? Boah, gefährlich Oh, fast kaputt Eieiei, lassen wir mal schnell reparieren, was haben wir hier? Die Bierem Saat Hier, hier Wird schon wieder Geld verbraten Unzureichende Mittel Ah, hier, ist noch ein Upgrade, völlig Feindliche Einheiten in Sicht Sonst passt alles, glaube ich Feindliche Einheiten in Sicht Oh, das war schon wieder bereits Atombombe ist auch gleich bereits Jetzt greifen sie aus die Luft an Oh, ich brauche hier Luftabwehr, unbedingt Luftabwehr Genau, hier vielleicht noch mal Luftabwehr, müsste dann passen Atombombe, Spirals Steht schon in den Startlöchern Sammler, wo seid ihr? Feindliche Einheiten in Sicht Hier und hier, passt schon Ah, zu weit hinten, ne? Ungeeigneter Bauplatz Passt perfekt Schicken wir die Atombombe mal voraus Aber hier können wir richtig schaden, hier ist ja noch ein Bauhof Okay Aber hier können wir die Tiberium Tiberium oder Detonation können wir hier nehmen Macht ja richtig schönen Schaden Sammler, geht ihr kaputt oder nicht? Ah, nur Schaden kriegt Feindliche Einheiten in Sicht Gut, dann nehmen wir die Atombombe hierher Ah, so Ah, schade Hier können wir noch eine Bombe erschicken, ne? Äh Die reagiert irgendwie mit Tiberium Ah, interessant Cool Ähm Landeplattform Bei als nächstes Nein, Sammler Ah, schnell nach vorne Oh, den zweiten Redeemer Aber leider geht das nicht Hey, das ist unbesiegbar, oder wie? Kann doch Schaden Sammler Nummer 2, wo bist du? Ah, der guckt hier rum Auch nicht schlecht Das war erstmal Luft, äh, Unterstützung Landeplattform Wir haben gerade gebaut Können wir ein bisschen nach vorne schicken Boah Ein Schuss Boah Ein Schuss Abgebrochen Ähm Ah, das brauchen wir schon So, steht jetzt allein da, oder wie? Kriegt ja keine Gesellschaft mehr Ah, hier kommt jetzt wieder einer Ah, hier kommt auch einer Boah 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 Das hast du immer Widerstand? Nö Aus dem Weg Schieß halt Geht doch Also nicht gleich selbst schießt, sondern Die, die Infanterie, wo, äh, innen drin sitzt Da ist auch noch eine Da ist er Kriegt ein bisschen Gesellschaft Sehr schön Hast du schon wieder repariert? Das geht schnell Sehr schnell Ach komm, Sammler Ich will doch nicht so Kleine Bröckchen sammeln Geht's denn hier hin? Hier ist wahrscheinlich nichts oder wenig Aufher könnte er ein Saboteer-Bahn Ah, jetzt zieht er mal ein bisschen zurück Aus dem Weg Oh, Sammler Die müssen wir hier die ganze Strecke mal auffahren Kraftwerke könnte ich auch gebrauchen Einheit wird angegriffen Ich weiß Da ist er Was gibt es? Ja, du gehst da drüben rein Okay Was sind das? Grenadiertruppen Okay Passt schon Wird gebaut War unterbrochen Abgebrochen Baut Wird jetzt angegriffen? Nicht? Das ist die Folge Ich kann ihnen helfen Oh Hui Glück gehabt Hammer Hey Wo läufst du hin? Ach, da kommt ja wieder den Zaun nicht drüber Deswegen Einmal da drüben rein Danke Genau Da haben wir eine Einnahmemöglichkeit von der GDI gestopft Einheit wird angegriffen Gebäude besetzt Gebäude besetzt Gebäude besetzt Da bleibt er stehen Ha! Feigling Jetzt müssen wir eigentlich genügend Geld dann bekommen Wo ist denn? Da ist er Ich werde sie alle vernichten Haha, guter Spruch Da ist irgendwann ein Trick gewesen Aber jetzt kommt eigentlich mein Kraftwerk oder wie? Vertigo System check ok Das geht aber schleppend Vertigo Bomber Jetzt haben schon drei Stück Hey Einheit wird angegriffen Ich weiß Feindliche Einheiten in Sicht Ziel verifiziert Die war auf jeden Fall kaputt Atomrakete bereit Sun Raider Atombombe bereit Gell Eins unserer Gebäude wurde eingenommen Ach ne, oder? Ach, toll Ich hab mir schon so gefreut Hm, schick mal Atombombe da her Den Bauhof muss ich einnehmen Na komm Ziel wähler Atomrakete gestartet Der Hassel hat da Eingenommen ein Gebäude Super, die haben trotzdem überlebt Ach komm Feindliche Einheiten in Sicht Jetzt auch noch so ein Gebäude zum einnehmen Hm Na egal Lass ich den erstmal Ich hab meine Sammler, die wo hier unterwegs sind Ich muss das Gebäude einnehmen Wie machen wir das? Ähm Ah, erstmal warten bis die ganze Bomben weggebaut sind Bereite Bombenabwurf vor Feindliche Einheiten in Sicht Warten auf Zielkoordinaten Euer Ziel erfasst Rätigo-Rombe einsatzbereit Luftangriff bestätigt Einheit wird angegriffen Faltliche Einheiten in Sicht Boah, das ist fast hin Oder wie? Nee Nicht ganz Haben wir ein Ziel? Ja, genügend Gut Da muss ich noch zwei bauen So mein Kraftwerk Oh Gott, das tat er ewig Was tat er noch 10 Jahre? Ah, Kundschaft Die werden gleich gegeneinander kämpfen Denn Endlich mein Kraftwerk Ich glaub's nicht Kann ich wieder nicht upgraden Komm Nimm das halt Vertigo-Bomber Er muss hier oben noch einmal die Wirst, äh, Tiberium Oder die Ternationen verwenden Feindliche Einheiten in Sicht Hey, alle Sammler sind voll Komm Komm, gib's Gas Das Upgrade kostet 500 Ja, okay, das geht grad noch Ach nee, oder? Okay Okay Tiberium Sword Kommen wir da her Kostet 500, okay Bringt aber mehr als 500 Fuck, wo denn? Was war das für komisches Geräusch? Das Upgrade wahrscheinlich Ich Sie haben hier 8 Einheiten, okay Das haben die 1 Und die sind Squad 2 1, 2 Passt Ich kann mit denen ein bisschen arbeiten Feindliche Einheiten in Sicht Minenabwurf Ne, braun nicht Löserzaun Habe ich schon Vielleicht noch, äh Hier drauf Fertig Heiei So, jetzt geht's darum Ähm Was können wir noch machen? Genau, ich brauch, äh Einheiten Und zwar Bei einem Fahrzeug Mit dem ich die Dingens Die Saboteure Ähm Transportieren kann Genau Und stellen wir noch einen Kampfdruck dazu So, wo ist mein Genau, ihr 2 Geht's dann da rein Bewegung Bewegung Feindliche Einheit Genau Das ist die Pyramale Detonation Ziel wählen Konos Ziel erreicht Was? Ein bisschen wenig Energie haben Was sehe ich gerade Oh, Hilfe Ich bin so blöde, was? Die nimmt das halt gleich mit So, jetzt habe ich die Einheiten Und was brauche ich noch? Äh, schauen wir uns an den Squad zusammen Den Panzer nehmen wir noch dazu Und, und, und Den Panzer nehmen wir dazu Den tun wir noch reparieren Und Ja, okay, der ist eh betriebsbereit Der ist betriebsbereit Der ist betriebsbereit Gut Ähm, da war dann noch einer, oder? Da ist er Gut versteckt Ähm, ich habe gerade 2 Panzer hierher geschickt Einmal reparieren, bitte Danke Löserzaun Ne, brauche ich nichts Warte, schnell in den Silo Irgendwo da her Ist er jetzt repariert Jawohl, sind repariert Jawohl, sind repariert Sehr schön Hier geht's daher Nehmen wir noch, ähm Drei von denen Drei von denen Nehmen wir noch dazu Das ganze tun wir hier noch ein bisschen tonnen Passt, würde ich sagen Das passt Atombombe ist auch gleich wieder bereit Nee Geil Atomrakete bereit Ich weiß Tiberium fällt abgebaut Ich weiß Ziel wählen Das ist der Stimme auf jeden Fall Dann kommen keine neuen Einheiten mehr Jawohl Jawohl Ist er am Volltreffer würde ich sagen Feindliche Einheiten in Sicht Nehmen wir Squad 2 für den Und Squad 1 für den So Meine Bombe werden hoffentlich nicht angegriffen Ah Da ist noch ein Flak Shit Da ist es Ah, jetzt habe ich es gesehen Aber wir sind schon durch Sehr schön Sehr schön Als nächstes wird hier das Flak zerstört Obwohl Jetzt haben wir keinen Strom mehr Hehehe Sehr gut Schaut es hier oben aus Hier ist noch ein bisschen Strom vorhanden Stealth Systeme Okay Stealth Systeme Okay Passt schon Wo ist der zweite Sammler Da ist er Okay Auf zu den Kristallen Ja bitte Dom Ja gut Dann würde ich sagen War es das für diese Folge In der nächsten Folge werde ich den Angriff starten Und Ja Da sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Wenn es heißt Let's play Commani Conquer 3 Keynes Rache Also macht es gut Bis dann Ciao